Hallo, hier ist Chichi, die Geraffe. Ein bisschen bunt haben wir uns beide heute angezogen. Nachher erkläre ich euch den Grund. Ich ging mal heute in den Wald, zum Spaziergang halt. Oh ja, da hab ich dieses Reh gesehen und blieb andächtig stehen. Dann kam der Jäger mit seiner Knarre. Prä, jetzt liegt das Reh auf der Bar. Dann hat er noch das Reh verspeist. Das fand ich wirklich dreist. Der Rehbrat lag ihm schwer im Magen. Denn das wollte ich noch sagen. Der hat sich dann den Magen verrenkt. Die Schmerzen seien ihm geschenkt. Deshalb gehen wir jetzt bunt in den Wald, damit uns alle Rehe gleich erkennen und schnell in den Büschen verschwinden. Die Jäger sollen mein Rehchen demnächst nicht mehr erschießen. Kechi-chuchu. Kechi-chuchu. Okay.